Leider nicht dichter ran hier, weil das Nest im Wasser ist. Hier vor mir beginnt das Wasser direkt vom See. Und die Kinderchen sind sicher da hinten. Aber herzlichen Glückwunsch zum Muttertag! Toll! Drei habe ich schon gesehen von den Kleinen. Aber ich glaube, das sind mehr. Ich glaube vier sogar. Aber das ist ja wunderschön. Genau zum Muttertag sind die geboren. Wart ihr schon schwimmen heute? Das ist ein Papa-Schwan. Der ist auf der anderen Seite. Steh mal auf, Schatz. Hallo! Uiuiui! Steh mal auf! Du bist müde, ne? Du hast auch lange gebrütet. 36 Tage dauert das. Ach, da kommt Papa-Schwan geschwommen da hinten. Da ist er ja. Hallo! Uiuiui! Da ist er ja. Und da kommt noch einer. Eine Bläsente. Das ist ja richtig klasse heute. Das ist ein anstrengend, meine Position hier. Ich liege so quer über den Bäumen. Ist aber auch anstrengend hier. Hoppa! Nicht ins Wasserfallen, ne? Mit der ganzen Ausrüstung. Da ist er Papa-Schwan. Da ist er ja. Oh, fein! Seid ihr alle zusammen glückliche Familie? Und das am Motortag. Schön! So, wir gehen wieder. Wo ist mein Hund? Ach, der hat sich verheddert. Da ist er. Da hat er mich verheddert jetzt. So, wir gehen gleich weiter. Ich komme.